Guten Tag, mein Name ist Miriam. Ich arbeite bei Cirolo im Kundenservice als Teamleiterin. Heute sprechen wir über Stemmenens Ultra und seine Wohltaten. Stemmenens Ultra, Sie wissen es, es ist das Flaggschiff-Produkt des Cirolo-Unternehmens. Ich nehme Sie mit mir in den Vereinigten Staaten und zwar nach Oregon. Was gibt es in Oregon zu sehen? Also in der Nähe der kanadischen Grenze liegt ein See namens Klamatsee. Dort wächst unsere Aferalge, der wichtigste Inhaltsstoff im Stemmenens Ultra. Dieser Klamatsee befindet sich in einer völlig geschützten Umgebung. Es gibt keine Industrie in der Nähe. Flugzeuge dürfen die Region nicht überfliegen. Er liegt in der Nähe der Kaskadenkette, ein Gebirgzug vulkanischen Ursprungs. Er ist also reich an Mineralien. Er wird von Wasserfällen und Flüssen gespeist, die aus dem Kratersee fließen. Der Kratersee ist ein noch höher geliegendes See. Und in der Nähe dieses Klamatsees befindet sich auch der Mount Shasta, ein Stratovulkan, der alles, was um ihn herum lebt, mit Energie versorgt. Die Menschen und Tiere, die also in der Nähe dieses Sees leben, sind bekanntermaßen gesund und leben länger. Zum Beispiel der Weißkopfseeadler, den Sie hier auf diesem Bild sehen können. Er ist überall auf der ganzen Welt bedroht, außer die Weißkopfseeadler, die in der Nähe des Sees leben. Und dies hat die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern erregt. Für sie gibt es einen Zusammenhang mit der Alge, die im Klamatsee wächst, die Arfa-Alge. Ein Wissenschaftsteam von Zerule, ehemals DLT, wurde beauftragt, herauszufinden, was für Wohltaten diese Arfa-Alge hat. Diese Arfa-Alge, Sie sehen es hier auf dem Bild, ist ganz fein, fast wie Haare. Auf Lateinisch heißt es Afanisominum flos aquae, was unsichtbare Wasserblume des Lebens bedeutet. Aber sie ist auch sehr bekannt unter dem Namen Klamat-Alge, weil diese Alge nur im Klamatsee wächst. Es gibt keinen anderen Ort auf der ganzen Welt, wo diese Alge wächst. In meiner Präsentation werden wir es mit Arfa-Alge abkürzen. Auf dem Bildschirm sehen Sie hier ein Video, das Ihnen den Arfa-Algen-Ernteprozess von Zerule präsentiert. Hier auf dem Bildschirm sehen Sie Kähne, die der Firma Zerule gehören und die für die Ernte benutzt werden. Beachten Sie, dass am Klamatsee fast alle Kähne uns gehören, also der Firma Zerule gehören. Das bedeutet, dass alle Algen, die Sie im Handel finden oder auf jeden Fall die überwiegende Mehrheit, so gegen 95 Prozent, aus der Ernte stammen, die von Zerule durchgeführt wird. Und dies, ob in Form von dehydrierten Algen oder von anderen Unternehmern weiterverkauft. Und die Ernte findet hauptsächlich während dem Sommer statt. Das Ernteprinzip ist exklusiv und patentiert. Der Grund, warum ich so viel Wert über den Klamatsee und die Klamatalge oder Arfa-Alge gelegen habe, ist, dass die Arfa-Alge der Hauptbestandteil des Stemmenens-Ultras ist. Stemmenens-Ultra, unser Hauptnahrungsergänzungsmittel, enthält drei natürliche patentierte und Extrakte zur Stammzellmobilisierung. Es ist wichtig, den Wort Extrakt zu benutzen, weil viele Händler die ganze Arfa-Alge verkaufen. Aber die Arfa-Alge ist nicht so stark als der Extrakt, der von Zerule verwendet wird. Die Stammzellmobilisierung zur Erinnerung. Für diejenigen, die sich das Video angesehen haben mit der Einführung zu den Stammzellen, aber auch für den anderen. Die Mobilisierung von adulten Stammzellen ist wichtig. Adulten Stammzellen werden täglich sich in Körperzellen verwandeln, also Körperzellen erzeugen, die Verletzungen reparieren und Gewebe funktionsfähig halten. Der erste Extrakt, der im Stemmenens-Ultra verwendet wird, den wir im Stemmenens-Ultra finden, ist Stemmenens. Stemmenens ist ein Wirkstoff-Extrakt, basiert auf Arfa-Alge. Seine Rolle besteht darin, die adulten Stammzellen, die Freisetzung und Zirkulation von adulten Stammzellen in unserem Körper zu erhöhen. Diesem Algen-Extrakt wurde einen weiteren Algen-Extrakt aus Wakame hinzugefügt. Wakame ist die berühmte braunen Alge, die in der asiatischen Küche sehr oft verwendet wird. Und aus diesem Wakame wurde Fukuidan extrahiert. Und die Rolle des Fukuidans besteht darin, die Anzahl adulter Stammzellen zu erhöhen, die für die Freisetzung aus dem Knochenmark verfügbar sind. Der dritte natürliche Extrakt zur Stammzellmobilisierung ist Mesenkein. Mesenkein ist eine Entdeckung, die von Cerule gemacht wurde. Die Wissenschaftler von Cerule haben die blaue Komponente von der Bio-Spirulina-Alge studiert, Ficusianine studiert, und sie befanden sich vor einem gelben Pigment, den sie noch nie gesehen hatten. Sie haben es studiert und haben herausgefunden, dass es sehr, sehr starke Eigenschaften hatte. Sie haben es also patentiert lassen und Mesenkein genannt. Und die Rolle des Mesenkeins in dieser Formel besteht darin, die Anzahl der Signalmolekülen zu erhöhen. Die Signalmolekülen sind die Molekülen, die die Informationen zwischen Knochenmark und Organe macht. Und wenn es mehr Signalmolekülen gibt, wird es eine Freisetzung einer Quote von adulten Stammzellen geben. Wie funktioniert eigentlich Steminenz-Ultra? Ich habe Ihnen vorhin erklärt, dass Steminenz-Ultra ein Konzentrat von AFA-Algen namens Steminenz ist, also eine von Cerule patentierte Formel. Dieser Formel, Steminenz, wurde ein weiteres AFA-Fragment hinzugefügt, ein L-Selektin-Ligand. L-Selektin ist ein Molekül, das wir alle im Knochenmark haben. Seine Rolle besteht darin, die Stammzellen im Knochenmark zu halten, bis die Signalmolekülen nach Reparaturfragen beauftragen. Und die Rolle des Liganden besteht genau darin, diese Wirkung von L-Selektin zu stornieren, da das Ziel unseres Nahrungergänzungsmittels Steminenz-Ultra darin besteht, eine zusätzliche Freisetzung von Stammzellen zu bewirken. Wenn Sie sich das Diagramm auf dem Bildschirm ansehen, wird diese zusätzliche Freisetzung mit einer blauen Kurve repräsentiert. Dieser hohe Peak lässt sich 60 Minuten nach der Einnahme von zwei Kapseln Steminenz-Ultra sehen. Aber damit dieser hohe Peak stattfinden kann, braucht man eine Freisetzung auf Befehl. Einen solchen hohen Punkt kann man nicht natürlich haben. Im Vergleich können wir die rote Kurve sehen, beobachten und dies ist die Placebo-Kurve, die die natürliche Freisetzung, also ohne Kapseln zu nehmen, repräsentiert. Zwei Kapseln Steminenz-Ultra entsprechen fünf Gramm dehydrierte AFA-Alge. Fünf Gramm dehydrierte Alge ist eine Menge, aber der Prozess von Serul schafft es, diese fünf Gramm in zwei Kapseln einzufügen. Es gibt eine zweite Fraktion von AFA, die zu Steminenz und L-Selektin hinzugefügt wurde. Und zwar ist es Polysaccharid, auch als Vielfachkappe bezeichnet, namens Migratose. Wie es der Name schon sagt, ermöglicht Migratose, dass adulten Stammzellen aus dem Blut in die Gewebe und Organe migrieren können. Diese Organe und Gewebe, die repariert werden müssen. Nun kommen wir zurück auf den Freisetzungspik, diese blaue Kurve. Eine Stunde nach der Einnahme von zwei Kapseln Steminenz-Ultra wird eine zusätzliche Quote von 8 bis 15 Millionen adulten Stammzellen freigesetzt. Diese Spanne hier hängt mit dem Alter zusammen. Welche sind die fünf gesundheitlichen Vorteile von Steminenz-Ultra? Zuerst bringt Steminenz-Ultra eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Die AFA-Alge ist ein Superfood, 115 Mikronährstoffe, sind in der AFA-Alge enthalten und diese Alge enthält auch alle Vitaminen, außer die Vitamin D, Proteine, Spurenelemente, Mineralien, Pigmente, also alles, was unser Körper braucht. Der zweite Vorteil von Steminenz-Ultra ist die Entgiftung gegen Schwermetallen. Schwermetalle sind natürliche Bestandteile der Erdkrüste, aber eine hochdosierte Exposition dieser Schadstoffe kann zu schweren Erkrankungen führen, wie zum Beispiel multiple Sklerosen, neurodegenerativen Erkrankungen, Nierenversagen, Diabetes, psychischen und neurologischen Störungen und selbst Krebserkrankungen. Es ist also notwendig, uns gegenüber diese Schwermetalle zu entgiften. AFA ist heute der beste natürliche Chalator, besser als die Chlorella. Es entgiftet unser ganzes Körper, selbst das Gehirn und das wurde durch Fluoreszenz-Test nachgewiesen, die von dem Wissenschaftssystem von Serule durchgeführt wurden. Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil von Steminenz-Ultra ist seine immunstimulierende Wirkung. Die Einnahme von Steminenz-Ultra wird dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken. Wir werden also viel besser vor Angriffen geschützt, wie zum Beispiel Bakterien, Viren und so weiter. Und die Einnahme von Steminenz-Ultra wird auch die Anzahl der Chillerzellen erhöhen. Chillerzellen spielen eine wichtige Rolle bei der Neutralisierung von Viren und von Tumoren. Der vierte gesundheitliche Vorteil ist seine entzündungshemmende Wirkung, die durch den Wakame-Extrakt bereitgestellt wird. Eine kleine Erinnerung, der Wakame-Extrakt heißt Phykoidan und Phykoidan blockiert freie Radikale. Freie Radikale sind Teil des natürlichen Alterungsprozesses unseres Körpers, aber durch unser Lebensstil bei übermäßiger UV-Strahlung, Stress, schlechter Ernährung und Mangel am Schlaf haben wir zu viele Freie Radikale in unserem Körper, die zu vorzeitigen Alterungen führen und vielen Pathologien Tür und Tor öffnen. Dieser Wakame-Extrakt hat also eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung, die die Produktion von diesen freien Radikalen blockiert und sie unter einem korrekten Schwellenwert hält. Der fünfte Vorteil. Ich habe Ihnen jetzt erklärt, dass in dieser Formel Afa, Phykoidan und Mesenkein unserem Körper die Möglichkeit geben, sich selbst zu reparieren. Die Einnahme von Stemmenenz Ultra ermöglicht es, unserem Körper diese Fähigkeit wieder zu erlangen, die wir in unserer Jugend hatten, also zu 100% zu funktionieren. Wenn Sie sich daran erinnern, ich hatte Ihnen bei der Einführung zu den Stammzellen einen Diagramm gezeigt, das erklärt, dass wir bis wir 20 Jahre alt sind, 100% Stammzellen freisetzen. Mit Stemmenenz Ultra setzen wir mehr Stammzellen frei. Und all diese fünf gesundheitliche Vorteile sind natürlich wissenschaftlich belegt. Ich hoffe, dass diese Präsentation Ihnen gefallen hat, dass Sie sich jetzt besser fühlen werden, über Stemmenenz Ultra und seine Vorteile zu sprechen. Und in der nächsten Präsentation werden wir über Plasmaflu sprechen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.